Also wunderbar, einen schönen guten Abend. Schön, dass so viele den Weg hier ins Online-Webinar der Java-User-Group Schweiz gefunden haben. Heute ein Talk auf Deutsch. Suchen und finden, Elasticsearch effizient einsetzen mit Alexander Rilfen. Er wird sich hoffentlich gleich nochmal, ich glaube, du hast sicher auch so ein Vorstellungs-Slide von dir, oder Alexander? Nee, aber ich erzähle gern das. Kein Problem. Aber erstmal etwas Administratives vorweg, wie immer. Dass wir überhaupt solche Dinge hier machen können, das verdanken wir natürlich unseren ganzen Sponsoren, die wir haben, die uns auch hier in der Corona-Zeit weiterhin zur Seite stehen, sodass wir auch weiterhin Events machen können. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir bald mit Präsenz-Events auch wieder loslegen können. Das erste hatten wir gerade letzte Woche in Basel. Ist sehr gut gelaufen. Und jetzt werden hoffentlich weitere folgen. Hier im BigMarker habt ihr oben rechts die Möglichkeit, den Chat zu nutzen und dort miteinander zu diskutieren. Dieser Chat, der ist für euch als Teilnehmer. Dort könnt ihr euch austauschen, diskutieren, was ihr eben besprechen möchtet. Wenn ihr eine Frage an Alexander habt, dann geht bitte rechts vom Chat auf die Fragen. Klickt dort auf Fragen und stellt eure Frage dort in dem Bereich. Denn dann werden wir sie dort, ja, dem Alexander weiterleiten. Er wird sie dann zwischendurch beantworten. Wir haben hier bei BigMarker eine kleine Verzögerung. Die liegt so zwischen 10 und 15 Sekunden. Das liegt daran, dass wir auf dem Server zuerst einen Puffer aufbauen, sodass es möglichst keine Unterbrüche gibt. Und dort wird dann auch noch für euer jeweiliges Endgerät optimiert, je nachdem, mit welchem Gerät ihr gerade den Stream anschaut. Es gibt also, wie gesagt, so eine kleine Verzögerung. Am Schluss des ganzen Vortrages, auch nach den Fragen und Antworten, wenn wir die abgearbeitet haben und das Webinar beendet wird, dann werdet ihr automatisch auf den Feedbackbogen der Java User Group Webseite weitergeleitet. Dort könnt ihr dann Feedback zum Talk geben, zum Speaker etc. Das ist immer sehr wertvoll. Wir werden das Ganze auch auswerten und dem Alexander weiterleiten. Wenn ihr nach dem Feedbackbogen eure E-Mail-Adresse hinterlegt, also das ist ein separates Formular, die sind nicht miteinander verbunden, dann könnt ihr dort eine Jahreslizenz von IntelliJ IDEA Ultimate gewinnen. Eine personalisierte Jahreslizenz. Wir verlosen eine Lizenz pro Monat. Und der Juni ist bald rum, also Feedback geben. Dann kommt ihr zu dem Formular. Der Talk wird aufgezeichnet. Das wird ein paar Tage dauern, bis wir den dann entsprechend nachbearbeitet haben und aufbereitet haben. Und dann werden wir den in unserem YouTube-Kanal veröffentlichen. Bitte abonniert uns dort. Und wenn ihr eine Benachrichtigung haben möchtet, dass der Talk online ist, dann nicht vergessen, auf diese kleine Glocke zu klicken. Dann bekommt ihr auch eine Push-Nachricht bzw. E-Mail von YouTube. Wir haben auch einen Slack-Kanal. Dort könnt ihr euch auch gerne miteinander unterhalten. Das ist immer aktiv, nicht nur, wenn wir hier einen Talk haben. Dort erreicht ihr auch uns als Organisatoren der Java-User Group, auch die Ursula. Wenn ihr administrative Fragen habt, ja, bitte meldet euch auch dort. Das ist immer ein sehr kurzer Draht zu uns. Ja, das wäre es dann soweit mit meinem administrativen Vorgeplänkel. Ich übergebe jetzt an den Alexander und werde mich bis zum Schluss erstmal zurückziehen. Wünsche euch viel Spaß. Und ja, Alexander, jetzt kommt dein Part. Vielen Dank. Ja, sehr schön. Ich probiere mal gerade, ob das mit dem Bildschirm-Time funktioniert. Wie immer neue Technik. Ihr solltet jetzt im besten Fall eine Präsentation sehen. Markus, du kannst das ja gar nochmal bestätigen. Ja, stimmt. Sehr gut. Dann hat das schon mal exzellent geklappt. Ja, herzlichen Dank erstmal, dass ihr doch relativ zahlreich erschienen seid, um ein bisschen was über Lastixworks zu erfahren. Das Wichtigste für mich ist, dass ihr viele Fragen stellt. Das ist auch eigentlich der Teil, den ich immer mit am meisten bei Meetups, die nicht stattfinden, vermisse. Und zwar der eher interaktive Part. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, packt sie in den Chat. Ich werde mir auf jeden Fall die Zeit nehmen, alles zu beantworten. Auch, weil die Präsentation jetzt irgendwie keine 90 Minuten dauern sollte. Ich hatte ja, oder Markus hat schon angedroht, dass ich mir das mal vorstellen muss. Das möchte ich natürlich gern tun. Ich bin Alex, hab 2013 bei Elastic angefangen. War ein paar Jahre Teil vom Elastic Search Team. Bin jetzt Teil vom Community Team. Heißt, normalerweise bin ich ein bisschen mehr unterwegs. Und erzähle ein bisschen was über Elastic Search. Und ja, im Moment mache ich das primär remote und zu Hause. Hab jetzt, ja, seit sieben Jahren arbeite ich remote. Und vorher ohne Kinder war das durchaus etwas angenehmer im Homeoffice. Aber inzwischen geht es ja Gott sei Dank wieder dank geöffneten Kindergarten. Worum soll es mal gehen? Ich will ein bisschen was zu Elastic Search erzählen. Erstmal eine Einführung in Elastic Search geben. Was macht das? Wozu löst man die Probleme? Aber auch der praktische Teil soll nicht zu kurz kommen. Und gerade im Zusammenhang mit Java, mit Java User Group hier. Das heißt, ich werde auch ein bisschen was zu Spring Data Elastic Search erzählen. Der Spring Data Integration mit Elastic Search. Und da können wir uns auch nachher eine kleine App angucken mit ein bisschen Code. Wie das alles funktioniert. Genau. Das ist so ein bisschen der Überblick für heute. Wir können alle unterschiedlichen Stellen auch unterschiedlich lang machen. Ich habe jetzt keine vorgegebenen Zeitfenster für irgendwas. Ich will am Anfang nur nochmal ein bisschen genauer erklären, was ist so besonders eigentlich an Suchmaschinen und warum brauche ich das in meiner Anwendung? Ich speichere schon meine Daten in vielen Fällen irgendwo. Dann würde ich einfach kurz darauf eingehen, was Elastic Search ist, ohne jetzt irgendwie technisch tief einzugehen. Und den Rest machen wir quasi, wenn wir uns Spring Data Elastic Search als Teil der Demo angucken, was genau Elastic Search macht und wie es funktioniert. Und am Ende möchte ich aber gerne nochmal, nachdem wir dann gesehen haben, wie Elastic Search funktioniert, auch innerhalb der Anwendung drauf eingehen, was man noch so ein bisschen im Hinterkopf halten muss, wenn man halt, sobald man anfängt Daten zu indizieren, sobald man anfängt zu skalieren, sobald die Datenmenge größer wird. So, die erste Frage ist natürlich, warum benötige ich eine Suchmaschine? Und man könnte als Untertitel noch nehmen oder je wie in anderen Datastore, aber ich denke, wir fangen mal mit der Suchmaschine an. Und Elastic Search existiert eigentlich so ganz grob gesagt aus drei Gründen, die wichtig sind, um beliebige Daten zu entfangen. Das ist einmal Speed, Scale und Relevance. So, der erste Punkt ist Speed. Wenn ich irgendwie Suchanfragen stelle, möchte ich, dass meine Antworten möglichst schnell zurückkommen. Ich will keine Batch-Jobs, wo ich quasi nachts warte und dann zurückkomme und weiß, was für ein Ergebnis ich das habe, die auch Sinn machen können, wenn ich irgendwie petabyteweise Daten durchsuchen muss, sondern ich stelle eine Suchanfrage an das System und möchte im besten Fall, dass es in wenigen Millisekunden beantwortet wird. So, und diese Geschwindigkeit sollte nach Möglichkeit immer gegeben sein und nicht nur ausnahmsweise oder für bestimmte Daten. Dann möchte ich als nächstes, dass mein System durchaus skaliert. Das heißt, ich will unter Umständen mehrere die gleichen Nodes nebeneinander haben oder ich möchte schneller werden. Der Grund für Skalierung ist meistens, dass ich entweder eine Sicherung meiner Daten irgendwo haben will oder aber, dass die Geschwindigkeit von einem einzigen System nicht ausreicht. Da gehen wir gleich noch genauer drauf ein. Was aber jetzt eine Suchmaschine von vielen anderen Datastores unterscheidet, ist genau dieser letzte Punkt. Ja, und das ist die Relevanz. Normalerweise habe ich einen Datastore und ich führe eine Suchabfrage aus und kriege Daten. Die sind entweder innerhalb oder außerhalb meiner Resultatmenge. Mit Glück kann ich die noch nach allen Kriterien sortieren. Eine Suchmaschine funktioniert da standardmäßig etwas anders. Ich kann das natürlich genauso machen, aber Relevanz ist normalerweise, wenn ich nichts angebe, das Sortierkriterium meiner Dokumente. Und was bedeutet das? Wir kennen das alle von Google. Wenn wir nach irgendetwas suchen, erwarte ich, dass der relevanteste Treffer, wie auch immer ich das für mich persönlich definiere, der erste ist. Ja, und nicht irgendein Treffer, für den ich mich nicht interessiere. Das ist jetzt natürlich pro Anwender sehr unterschiedlich. Ist aber etwas, was Google ja weiß, weil es unterschiedliche Anwender hat und das quasi ein bisschen klustern kann. Und der wichtige Punkt hier ist, Relevanz bedeutet in dem Zusammenhang ganz oft erstmal theoretisch gesehen, wie relevant ist meine Suchabfrage im Vergleich zum Ergebnis. So, was macht man mit allen Dokumenten, die man gefunden hat, bis man irgendwann sagen kann, aha, das hier ist das relevanteste Dokument. Das kann ein einfaches Kriterium sein, wie dieser Suchterm kommt genauso oft vor in dem Dokument, oder es kann was Kompliziertes sein, dass ich sage, acht meiner zehn Suchterme sind in diesem Dokument und das ist viel mehr als in allen anderen. Also, Relevanz ist ein, ja, erstmal kompliziertes Thema. Am Ende ist es natürlich nur eine mathematische Formel, aber die kann man auf viele unterschiedliche Wege beeinflussen. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, das ist relevant und fertig. Es gibt unterschiedliche Algorithmen, Scoring-Algorithmen. Der Standard ist UB und 25 im Moment. Und der wichtige Teil hier ist, standardmäßig wird quasi abgeglichen, wie wichtig ist ein Dokument im Vergleich zur Suchabfrage. Und dann gibt es natürlich noch sehr viel mehr Dinge. Wenn ich Dokumente suche, habe ich eben schon gesagt, ich wäre gerne möglichst schnell unterwegs. Dasselbe gilt natürlich auch fürs Indizieren und die Zeit, die zwischen Indizieren und Suchbarkeit quasi, ja, vorübergeht. Wenn ich Dokumente indiziere, möchte ich auch sicherstellen, dass das möglichst schnell geht. Den nächsten Punkt, den wir haben, war die Skalierbarkeit. Auch da gibt es unterschiedliche Arten von Skalierbarkeit. Zum einen gibt es eine sogenannte Read-Scalability. Wenn ich irgendwie ein System habe, das kann 10.000 Queries pro Sekunde verarbeiten. Und ich weiß, ich kann mir quasi eine Kopie der Daten direkt daneben stellen. Dann weiß ich, ich kann so und so viele Tausend Queries mit so und so vielen Systemen verarbeiten. Das Einzige, was man sicherstellen muss, ist natürlich, dass ich die Daten immer in alle Systeme repliziere. Read-Scalability ist ein bisschen was anderes. Da habe ich quasi eine große Schreiblast. Und ich weiß, dass ein System vielleicht 100.000 Dokumente pro Sekunde indizieren kann. Dann kann ich sagen, wenn ich 10 Systeme habe, schaffe ich die Millionengrenze. So. Das heißt, ich muss meine Schreiboperation quasi über den Cluster verteilen. Und in den meisten Fällen hat man natürlich eine Mixtur von beiden, weil man zum einen natürlich auf möglichst viele Systeme schreiben will, um diese Read-Scalability zu haben, aber gleichzeitig zum einen eine Read-Scalability haben will, aber auch Kopien meiner Daten an mehreren Orten, einfach nur, um sicherzustellen, dass wenn ein Node ausfällt, ich keinen Totalausfall dieser Daten habe. Dann haben wir noch so die Anforderung der Resilienz, dass ich quasi ein System haben möchte, was selbstständig Fehler erkennt und diese Fehler auch selbstständig ausgleichen kann, ja. Wenn jetzt in einem Cluster ein Node quasi nicht mehr verfügbar ist oder der Prozess gecrashed oder die VM nicht mehr zur Verfügung steht, möchte ich, dass sich dieser Cluster das automatisch rausfindet und natürlich auch, dass dieser Cluster darauf agiert. Wenn bestimmte Daten auf diesem ausgefallenen System sind, möchte ich, dass eine Kopie der Daten vielleicht woanders erstellt wird, um sicherzustellen, dass ich die ausreichende Menge an Kopien in meinen Daten in diesem Cluster habe. Und das ist der klassische Resiliency-Fall. Klar kann man das auch alles manuell lösen in vielen Systemen, aber dann sind wir beim nächsten Punkt, der Operational Simplicity. Ich will natürlich, dass das System möglichst einfach zu betreiben ist. Das ist jetzt immer einfacher gesagt als getan, gerade bei verteilten Systemen, aber gewisse Dinge sollten automatisch passieren. Ja. Und auch Monitoring-Capabilities sind wichtig. Es muss möglichst einfach sein, verlässliche Monitoring-Daten aus solchen Systemen zu extrahieren, wie auch aus allen anderen Anwendungen, die ihr selber schreibt. Dann gibt es noch so Themen wie Developer Experience. Auch für Entwickler sollte es möglichst einfach sein, mit diesem System quasi zu arbeiten, sei das über bestimmte APIs oder so. Die Integration in eure eigene Infrastruktur ist für mich auch immer so ein Klassiker, der sehr, sehr wichtig ist. Wenn man halt einen eigenen Kubernetes-Cluster betreibt, hätte man vielleicht gerne auch einen Elasticsearch-Operator, anstatt dass man das selber aufsetzen muss. Wenn man alles als Cloud-Service betreibt, macht es natürlich auch Sinn, den Elasticsearch-Cloud-Service zu benutzen, und so weiter und so fort. Dann haben wir natürlich noch die Team-Experience. Man nimmt immer Produkte, wo man hoffentlich ja eine gewisse Erfahrung innerhalb des Teams hat, anstatt dass man irgendwie, dass alle von null starten müssen. Und jetzt im Zusammenhang von Elasticsearch und Elastic-Stack haben wir natürlich viele unterschiedliche Use-Cases, die man damit abbilden kann. Der Stack ist halt sehr, sehr, sehr generisch. Das hat Vor- und Nachteile. Das ist halt kein exakt auf etwas zugeschnittes System ist. Gleichzeitig kann man damit eine Menge unterschiedliche Dinge abbilden. Ich selber komme so aus der Product-Search-Schiene. Das heißt, mein Job, bevor ich zu Elastic gewechselt bin, war die Maintenance und Weiterentwicklung von einer Produktsuchmaschine bei einem B2B-Marktplatz. Von einer rein deutschen Produktsuchmaschine. Immerhin nur eine Sprache hat auch einen Vorteil. Deutsch ist jetzt natürlich nicht das einfachste Beispiel an der Stelle. Und als ich bei Elastic angefangen habe, war dann der erste Satz von Shai irgendwie, übrigens 40% unserer Anwender kommen aus dem Logging-Space. Und das war etwas, damit hatte ich mich bis dato überhaupt nicht beschäftigt. Zumindest nicht im Kontext von Elasticsearch. Und da kommt natürlich dieser Observability-Use-Case ein bisschen rein, dass halt die Anwender angefangen von APM über Traces, über Log-Aggregation, über Metrik-Aggregation und so weiter und so fort den Stack dafür benutzen. Dann hat man das klassische Workplace-Search, wo man halt File-Shares durchsucht, um all seine Daten innerhalb vom Internet verfügbar zu haben. Und der Security-Use-Case, wo man quasi sicherheitsrelevante Daten und Blogs monitort. Vielleicht so noch der nicht ganz so klassische Einsatz, weil es gibt immer nur einen Anwender von solchen Dingen, ist Wikipedia. Es gibt nur eine große Wikipedia und dann vielleicht viele, viele kleine spezifische. Wikipedia, alles, was ihr bei Wikipedia sucht, ist eine Elasticsearch-Query am Ende. Alles, was ihr bei GitHub sucht, ist eine Elasticsearch-Query. Alles, was ihr bei Stack-Overflow sucht, das sind so die klassischen Volltext-Such-Use-Cases, würde ich mal sagen. GitHub vielleicht ein bisschen weniger. Aber Stack-Overflow und Wikipedia natürlich. Plus die ganzen Themen wie Suggestions und so weiter und so fort. Wo man dann natürlich auch am Ende einzelne Dokumente findet. Während so der Observability-Use-Case, wo ich auf viele Dashboards gucke, das ist vielleicht mehr so der Fall von aggregationsbasierten Daten. Genau. Wir wollen uns heute eigentlich nur mit, oder fast nur mit Elasticsearch innerhalb des Stacks beschäftigen. Wir sehen noch ein bisschen mehr, vor allen Dingen, was Observability angeht. Ich habe noch ein EPM-Beispiel mitgebracht. Aber im Endeffekt geht es heute eher um diesen Elasticsearch, ein bisschen Elasticsearch, ein bisschen Kibana. Das System, oder das Backend-System, was ich zeige, läuft in Elastic Cloud. Also, dass man sich selber um die Administration nicht kümmern muss und der Service wird über Covery deployed. Dann gehen wir mal nachher noch ein bisschen genauer auf. Genau. Das ist im Endeffekt der Stack. Den Stack kann man sich auf, wenn man die anderen Lösungen oben drauf sieht, so ein bisschen als Mix-and-Match-Lösung vorstellen. Ich kann mir aussuchen, welche Komponenten ich benutze. Für die Security-Lösung brauche ich gewisse Beats. Aber wenn ich selber das Ganze nur betreiben will, am Ende brauche ich nur einen Elasticsearch. Elasticsearch ist ein HTTP-Service. Und ich kann dann entscheiden, dass ich meine Ingestion-Pipeline selber schreibe oder dass ich Tools wie Beats oder Logs, sehr schnell an der Stelle. Und Kibana ist so ein bisschen das Fenster in das Ganze. Das heißt, ich habe eine UI und die erlaubt es mir quasi so Management- und Monitoring-Aufgaben zu übernehmen an der Stelle. Genau. Hier muss ich mich einfach irgendwann entscheiden, will ich Elasticsearch selber betreiben, will ich es von Elastic betreiben lassen, von jemand anders, will ich Elastic als Kubernetes-Operator laufen lassen. Das hier ist jetzt nur der Slide, um alle nochmal zu erinnern. Vieles, was Elastic macht, ist Open Source. Mit den Open Source Features, großer Teil von Elasticsearch, von der Codebase ist Open Source, aber als Firma hat man natürlich noch gewisse Wege, um Geld zu verdienen. Zum einen ist es Elastic Cloud und Software-as-a-Service. Zum anderen sind das aber auch unterschiedlich lizenzierte Features. Machine Learning zum Beispiel ist ein sogenanntes Platinum-Feature. Das heißt, dafür braucht man eine kommerzielle Lizenz oder man betreibt es auf Elastic Cloud, zahlt aber mehr als den Grundpreis quasi. Und alle Features, die wir eigentlich heute sehen, sind Teil von Open Source oder Basic. Basic ist eine spezielle Lizenz, die ist quasi euch das Runterladen betreiben von Elasticsearch komplett erlaubt, aber wenn man ein Cloud-Provider ist, darf man diese Features nicht zur Verfügung stellen. Kleiner Schutz gegen große Cloud-Provider. So, Elasticsearch in zehn Sekunden. Ganz kurz, Elasticsearch ist eine klassische Suchmaschine, in Java geschrieben, setzt auf Apache Lucene auf, eine Volltext-Suchbibliothek, die es seit über 20 Jahren gibt, die inzwischen auch mehr ist als eine Volltext-Suche, sondern auch so Dinge wie Geosuche und dafür eigene Datenstrukturen hat. Selbes gilt für zahlenbasierte Suche und Aggregation. Elasticsearch ist eine verteilte Suchmaschine. Ich kann es als einen Node auf meinem Notebook betreiben oder als vier Nodes auf meinem Notebook oder als hunderten von Nodes in einem Cluster. So ist es skalierbar, hoch verfügbar, ist natürlich relativ an der Stelle. Je mehr Nodes ich habe, desto wahrscheinlicher ist es, dass einer ausfällt, aber der gesamte Cluster an sich sollte natürlich hoch verfügbar sein. Dafür gibt es auch diese Resiliency-Features, über die ich am Anfang gebildet habe. Das Interface ist HTTP und JSON. Die grundlegende Idee dahinter ist, dass jeder Entwickler mit HTTP und JSON HTTP als Protokoll und JSON als Objektnotation ein bisschen was anfangen kann, sodass man sich da nicht in neue Serialisierungs- und Post-Koll-Rechanismus einarbeiten muss. So, wer ein bisschen damit rumspielen will, das sind im Endeffekt alle Dinge, die ihr benötigt. Ihr benötigt Elasticsearch und Kibana. Ihr seht jetzt hier, das sind plattformspezifische Downloads. Der Grund dafür ist, dass Elasticsearch quasi mit einem JDK geschippt wird, sodass man wirklich keine einzige Abhängigkeit runterladen muss. Man muss nur dieses Zipfile oder das Target-Set-Archiv in dem Fall runterladen, entpacken und kann Elasticsearch starten. Alles ist mit dabei. Dasselbe gilt für Kibana. Kibana ist eine Node-Anwendung und schippt quasi mit seiner eigenen Node.js-Distribution. Daher sind die Downloads auch plattformspezifisch an der Stelle. So, wenn man anfängt, ist das Beste immer, dass man sich quasi ein bisschen in den Dev-Tools zusammensucht. Die schauen wir uns auch nachher noch an. Die Dev-Tools sind so ein bisschen Ready-Konsole. Innerhalb der Dev-Tools ist ein kleines Debugging-Tool. Das heißt, ich kann hier relativ einfach Requests reinschreiben, wie jetzt hier das HTTP-Wert und den Endpunkt. Ich habe aber eine JSON-Validierung. Um zu schauen, ob ich richtiges JSON schreibe. Ich habe auch Autocomplete-Features. Das heißt, wenn ich eine Query schreibe, wird mir angezeigt, was ich in diesem Teil der Suchabfrage überhaupt schreiben kann, welche Arten von Queries es gibt, wie die Struktur dieser Queries ist. Also, es ist ein relativ großer Helfer und nicht einfach nur ein globifizites Curl oder so was, sondern da ist einfach noch ein bisschen mehr dabei, was mir die Arbeit mit Elasticsearch-Mars nicht erleichtert. Okay, ich pende mal kurz den Fullscreen und schaue, ob es Fragen gibt. So, unter Neu stehen keine Fragen. Dann würde ich ruhigen Gewissens weitermachen an der Stelle. Und der nächste Teil wäre jetzt eine kurze Einführung in Spring Data Elasticsearch. Das halten wir aber relativ kompakt. Ich denke, dass viele, viele Java-Entwickler an der Stelle mit Spring sowieso schon mal zu tun hatten. Auch mit Spring Data. Spring Data ist im Endeffekt eine Abstraktionsschicht, um auf beliebige Datastores innerhalb des Spring-Kosmos zugreifen zu können. Das mit Abstand bekannteste Spring Data Project wird höchstwahrscheinlich Spring Data JPA sein. Es gibt aber auch Implementierungen für MongoDB, Cassandra, Solar, also eine Menge anderer Persistenzschichten, wenn man so möchte. So, die Elasticsearch-Extension ist community-maintained. Das heißt, das macht keiner von den Spring-Core-Kommitern, sondern ein paar externen Leute. Die sind aber im Moment eigentlich sehr gut dabei, das auch möglichst aktuell zu halten. Hat auch einen Reactive-Teil, falls man den benötigt. Ein kleiner Punkt ist, dass es am besten ist, wenn man die Major-Version 4 verwendet. Der Hauptgrund dafür ist, dass der auf Elasticsearch 7 basiert, während alle Versionen davor mit 3, die auch in Spring Boot 2.2 quasi die Standardabhängigkeit sind, verwenden Elasticsearch 6. Und gerade wenn man den HTTP-Client verwendet, was höchstwahrscheinlich ist, dass man den tut, dass man das macht, dann macht diese Version sehr viel mehr Sinn. Genau, intern verwendet die Spring Data Elasticsearch-Extension den sogenannten Elasticsearch-Rest-Client. Das ist ein Client, der quasi vom Elasticsearch-Team entwickelt und maintained wird. Und da schauen wir uns mal kurz an, wie der aussieht und was er tut. Eine der Dinge, die man immer im Hinterkopf haben sollte, ist, sobald man diesen Elasticsearch-Rest-Client verwendet, hat er eine Dependency auf das Elasticsearch-Projekt und zieht somit auch alle anderen Dependencies, die Elasticsearch hat, mit rein. Das ist Apache Lucene, das ist Netty, das ist natürlich hier der Apache HTTP-Client, weil es da drauf basiert. Das ist Jackson in einer bestimmten Version. Dementsprechend möchte man sich eventuell Gedanken machen, ob man Teile davon shadet. Das haben wir auch explizit in der Dokumentation angegeben, einfach um sicherzugehen, dass man keine Clash-Independencies hat. Der Client basiert auf dem Apache HTTP-Client. Klar hat Java inzwischen einen eigenen Client, das allerdings erst seit Java 11, zumindest stable, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe. Und hier ist halt die Grundlehne Annahme, dass wir sicher sein wollten, als er geschrieben worden ist, dass es alles noch auf Java 8 funktioniert. Dementsprechend war der HTTP-Client damals sie die beste Wahl. Der Client an sich unterstützt Synchrone und Asynchrone Aufrufe, die man auch canceln kann, wenn man das muss. Ist Thread-safe, man benötigt also nur eine einzige Instanz, wenn man sie irgendwo anlegt. Das ist ja das Modell, was Spring sowieso verfolgt, aber wichtig, wenn man da ein bisschen eine eigene Anwendung integriert. Und dann gibt es im Endeffekt diese zwei Klassen, die man hat. Das ist der REST-Client und der REST-High-Level-Client. Das Ganze sieht dann so aus. Ich habe diesen, ganz unten sieht man den Closable-HTTP-Asyn-Client. Das ist der Apache-HTTP-Client. Und darüber gibt es den sogenannten REST-Client. Der REST-Client ist so ein bisschen das Low-Level-Portor, wenn man will. Kümmert sich um so Dinge wie HTTP-Connection, wie das Pooling, das richtige TLS-Setup, Authentication, halt all diese Dinge, mit denen man agieren muss, aber mit denen man erstmal aus High-Level-Sicht nichts zu tun haben will. Und das macht dann der REST-High-Level-Client. Der hat quasi für jeden API-Endpunkt, der in Elasticsearch exposed ist nach außen, gibt es quasi entsprechende Java-Klassen und POJOs, sodass man kein eigenes JSON schreiben muss im besten Fall. Falls ich das muss, weil ich zum Beispiel noch einen älteren REST-Client verwende, wo ein gewisser Aufruf nicht dabei ist, kann ich einfach immer auf den Original-REST-Client zurückwollen und den stattdessen verwenden. So, die Basics von Spring-Data Elasticsearch unterscheiden sich relativ wenig von den aller anderen Spring-Data-Implementierungen. Ich habe die Template-Klassen. Da gibt es zum einen das Elasticsearch-Template und das Elasticsearch-REST-Template. Wenn ihr eins davon verwendet, solltet ihr immer das REST-Template verwenden, vor allem, wenn ihr neueres Elasticsearch verwendet. Das normale Template benutzt quasi nicht HTTP, um auf Elasticsearch zuzugreifen, sondern den zweiten Port, den Elasticsearch zur Verfügung stellt. Das ist ein Binärprotokoll, womit die Nodes quasi untereinander kommunizieren und in Java gab es quasi früher, als es diesen REST-Client noch nicht gab, nur die Möglichkeit, somit die Anwendung zu kommunizieren. Es ist aber inzwischen als deprecated markiert und wird auch irgendwann entfernt werden. Das heißt, solltet ihr irgendein neues Projekt starten und auf eins umsteigen, macht es immer Sinn, das REST-Template und den Elasticsearch-REST-Client zu verwenden. So, dann gibt es natürlich diese Mapping-Converter, die es auch in anderen Spring-Data-Implementierungen gibt, wo ich quasi bestimmte Klassen konvertieren kann und dann haben wir die Crouch-Repositories, die werden wir uns gleich noch genauer angucken. Die Crouch-Repositories sind im Endeffekt Interfaces, die ich extende und darin kann ich meinen eigenen Finder definieren. Und dann gibt es noch so ein paar Standard-Funktionalitäten, Auditing, dass ich halt sehen kann, wer eine Operation ausgeführt hat, die Entity-Call-Racks vor, nach dem Speichern, vor, nach dem Laden und so weiter und so fort und ein paar spezielle Klassen, die halt auf Elasticsearch zugeschnitten sind, wie zum Beispiel, wenn ich durch eine große Menge an Daten durchsuchen will und ich weiß, da kriege ich jetzt irgendwie mehrere 10.000 Hits zurück und ich will mir jeden einzelnen Hit angucken, dann mache ich das nicht mit der Standard-Paginierung, sondern da nutze ich Scroll-Searching und auch da gibt es ein paar helfende Klassen quasi. Das hier ist jetzt ein Pojo ohne Getter und Setter, die würden natürlich noch dazukommen, aber auch hier sieht man, dass die Annotations relativ gleich aussehen zu anderen Spring-Data-Projekten. Ich habe hier oben meinen Index, den ich konfigurieren kann. Ich kann hier oben noch ein paar Settings einsetzen und auf das Create-Index-Faults gehen wir nachher noch ein. Dann habe ich die ID-Annotation, das ist quasi die Unique-ID der Identifier. Ich kann Validations verwenden, aber hier ist das Field der interessante Part. Hier kann ich quasi das Mapping konfigurieren, wenn ich möchte. Hier mache ich das quasi für ein Datum mit einem bestimmten Format und hier habe ich auch nochmal ein Keyword. Arrays können automatisch erstellt werden, das heißt, wenn ich eine Liste habe, wird bei der Serialisierung automatisch ein Array davon erstellt und dann wird quasi jede Person da drin nochmal komplett serialisiert oder ein Point, um quasi Geopoint-Anfrage zu machen. So, die Repositories schauen wie folgt aus, im besten Fall kann man das schlicht und ergreifend leer lassen, wenn man keine weiteren Methoden braucht. Ich habe jetzt ein User-Profile-Repository, wenn ich eine User-Profile-Entität habe und dann kann ich erstmal Entitäten laden, speichern, modifizieren oder auch danach suchen, indem ich eine Suchanfrage mit angebe. Natürlich kann ich jetzt auch meine dynamischen Finder mit angeben, wie Find by E-Mail, dann würde in dem E-Mail-Feld gesucht werden. Es gibt auch ein paar interessante Finder, diese Nomenklatur wird quasi von Spring vorgegeben, sowohl das Find by als auch zum Beispiel das Ending with, dass ich halt Queries abfeuern kann, wo ein String mit etwas endet, da ist mir dann aber beim Lesen der Dokumentation aufgefallen, dass es da durchaus effizient der Wege gäbe, das zu implementieren, dann müsste man aber Dinge in der Elastic Search Index Konfiguration ändern und so funktioniert relativ viel out of the box, aber das ist etwas, was man im Hinterkopf halten sollte, wenn man diese Finder verwendet, dass man sich einmal in Ruhe hinsetzt, was für ein Query kommt da eigentlich bei raus und ist das Query für mich persönlich hinreichend effizient, wenn ich eine Menge Daten habe. So, wenn ich jetzt meine eigenen Suchabfragen schreibe, sieht das Ganze wie folgt aus, dass ich quasi die Elastic Search Query Builder verwenden kann, ja, es kann ja sein, dass ich ein bestimmtes Query schreibe, was ich relativ schwer als Finder Method Methode in meinem Repository Interface ausdrücken lässt und hier, das wäre zum Beispiel ein Fall, also Sachen wie Terms Query könnte man relativ einfach verwenden, aber ich habe hier ein spezielles Script Score Query und das kann ich nicht so ohne weiteres als Finder ausdrücken. Ja, auch da gibt es noch andere Wege, das auszufüllen, für mich als jahrelanger Elastic Search User, da präferiere ich natürlich den Weg, wie man mit Elastic Search Queries baut und nicht wie man das innerhalb des Spring Cosmoses macht, aber das bleibt natürlich am Ende jedem selber überlassen. Ja, und hier unten sieht man jetzt das Elastic Search REST Template Search 1, das heißt, ich suche nur eine einzige Entität, die dem Ganzen entspricht. So, man kann natürlich auch einfach Dinge zählen, in dem Fall habe ich jetzt hier wieder meinen Bullschen Query Builder und dann gibt es eine Count Methode mit dem Elastic Search REST Template, das ist also wieder kein User Repository und dann kriege ich nur die Anzahl der Dokumente, die dieser Sucherfrage entsprochen habe, ohne aber ein einziges Dokument zu sehen. Manchmal reicht es einem ja auch einfach zu wissen, wie viele Dokumente gibt es. Und was man auch machen kann, und das ist halt auch Teil von dem Repository Features innerhalb von Spring Data, dass ich quasi eine Methode definieren kann, wie Count Recent Contributions und dann kann ich das Query selber angeben. Normalerweise benutzt man sogenanntes Query String Query und hier kann ich jetzt innerhalb der Query Annotation sagen, wie das Query aussehen soll. Ich habe mir das mal angeschaut, aber ich bin persönlich jetzt keine Riesen-Fan davon, weil ich ja zum Beispiel anhand dieses Queries bei meinen Tests gar nicht sehen kann, ist das überhaupt valides JSON, was da drin ist. Das heißt, ich müsste explizit einen Test haben, der mir dieses Query erzeugt, sicherstellt, dass ich da auch immer valides JSON produziere. Gleichzeitig ist valides JSON ja auch noch keine Garantie dafür, dass dieses Query valide für Elastic Searchants. Das heißt, ich müsste vom Testing her sowas haben, wie Test Containers mit einer echten Elastic Search Instanz, um das Ganze dann nochmal wirklich richtig zu testen, falls ich so eine Query Annotation verwende. Aggregation kann ich auch verwenden. Wir sehen hier, wir haben jetzt zwei Teile. Ich habe hier einen Query, wo ich nach bestimmten Dokumenten suche und diese Dokumente werden auf bestimmte Arten aggregiert. Ja, das sind jetzt alles wieder Klassen, die quasi vom Elastic Search Rest Climb kommen und die so eins zu eins auch an Elastic Search weitergegeben werden. Das heißt, da macht jetzt Spring keinerlei Magie dahinter, weil wir auch nur dieses Rest Template verwenden, aber dafür kann ich beliebig komplizierte Suchabfragen schreiben, wo halt auch Aggregationen drin vorkommen und ich dann nicht nur Dokumente zurückkriege, was ich ja bei den Repository Klassen immer würde. So, dann würde ich sagen, ich schaue mal einmal noch, ob wir Fragen haben, sonst gehen wir gleich zum Demo. So, da steht erstmal das alles flüssig ist, das beruhigt mich, Thomas hat einen Test geschrieben, hoffe ich hart, dass er nicht hochgestimmt wird, aber das heißt, zumindest das Fragen funktionieren. Schauen wir uns das Demo an. Das Demo sieht erstmal wie folgt aus, könnt ihr selber aufmachen, ist hier unter Link Rating, ich kann das mal gerade noch in den Chat kopieren. und das ist einfach eine kleine Explain Boot Anwendung, die ich geschrieben habe. Was macht die? Die fragt im Hintergrund einen Elastic Search ab und basierend auf dem Alter des Artikels und der Anzahl der Stimmen wird hier quasi eine Reihenfolge ausgewählt, wie wichtig solche Links sind. Hier zum Beispiel, dieser Link hat wahnsinnig viele Votes, das heißt, er ist sehr weit oben, obwohl der Artikel eigentlich schon relativ alt ist. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel, dass ein Artikel, der nur zwei Monate alt ist, aber nur 25 Stimmen hat, wichtiger gesehen wird als ein Artikel, der 37 Stimmen hat, aber auch schon vier Jahre alt ist. Ja, das war so meine Suchabfrage beinhaltet quasi, suchen wir alles, was irgendwas beinhaltet, wo zum Beispiel dieser Suchterm drin ist, aber die Relevanz basiert quasi auf der Anzahl der Votes und wie alt ein Dokument ist. Wer sich quasi für dieses Spring Boot Projekt interessiert, da gibt es hier den Link, Spring Scale slash Link Rating auf GitHub, könnt ihr gerne auschecken und selber damit umspielen und das auch entweder lokal deployen oder ich habe das deployen, nämlich Covery benutzt habe. Das könnt ihr euch im Endeffekt vorstellen wie so eine Art Heroku, jeder Push auf meinen Branch führt dazu, dass dieses System automatisch ausgerollt wird und ich relativ wenig tun muss außer hoffen, dass meine Tests passen und das alles funktioniert. So, wir können uns jetzt einmal kurz angucken, wie diese App eigentlich aussieht oder wie die Datenstruktur dahinter aussieht. Das ist jetzt die Elastic Search Instanz in Elastic Cloud, die die Daten beinhaltet und da schauen wir uns mal die DevTools gerade an. Ich mache das hier alles noch manchmal größer und wenn wir uns die Indizes anschauen, sehen wir, dass wir hier eine Menge administrative Indizes haben, aber wir haben hier unten auch einen Index 001. Ich müsste auch einen Links Alias haben. Das heißt, da sind meine Nutzdaten drin und da sehen wir jetzt, dass ein einziges Dokument besteht aus Titel, Kategorie, Beschreibung, URL, wer das submitted hat, also man kann sich hier auf der Anwendung kann man sich hier über GitHub einloggen und authentifizieren und dann könnte man quasi einen neuen Link submitten, wenn man das wollte. Da ist auch ein Approval-Prozess mit drin, also sind mehrere Schritte an der Stelle. Ich bin Administrator, ich könnte auch Links löschen. All das ist halt Teil dieser sehr kleinen Mini-Adwendung und die Authentifizierung funktioniert über Sprint Security und GitHub OAuth. So, da steht noch, wann das Ganze erstellt worden ist, ob das Approved worden ist, das heißt, darf das überhaupt angezeigt werden, diese Suche auf der Hauptseite geht auch davon aus, dass ein Link Approved sein soll. Hier sieht man nochmal, welche Klasse das ist, das ist vielleicht ganz praktisch, wenn man mehrere Klassen hat in seinem Index, die zum Beispiel voneinander vererben, ich habe eine Klasse Event und dann ist das ein Meetup oder ein Webinar oder eine Konferenz oder sowas, dann kann ich natürlich anhand dieses Underscore Class Attributs sehen, als was das Spring Data Elastic Search wieder serialisieren soll. Genau. So, wenn wir uns das Ganze jetzt im Code mal anschauen, hier machen wir am besten mal den Presentation Mode an, dann sehen wir, wir haben hier eine Spring Boot Application, man sieht jetzt hier noch, ich habe den, ich monitore das alles noch mit APM, das kann man uns gleich noch genauer angucken und dann gibt es zwei Entitäten, Link und User, der User ist der, der sich einloggt, hier mit diesen Daten stelle ich halt sicher, dass kein User mehr als einmal wählen kann pro Entität und dann habe ich hier quasi den Link mit all seinen Ausprägungen, vieles als viel Keyword, was aber jetzt hier ein bisschen anders ist zu der Standard Implementierung ist, dass ich zwar im Dokument nicht will, dass der Index kreiert wird und zwar, was ich hier gemacht habe, ist, dass ich quasi einen Application Listener beim Startup habe, der mir mein Mapping anlegt, ja, das kann ich automatisch von Spring Boot machen, aber dann habe ich zum Beispiel das Ganze auch immerhin in einem Index und die Art und Weise, wie ich das konfiguriert habe, ist, dass quasi mein Index links ist ein Alias und zeigt auch was anderes und wenn dieser Index sehr voll wird, dann wird automatisch ein neuer Index erstellt, das ist eine Ganze nennt sich Index Lifecycle Management, das ist ein Feature in Elasticsearch, um quasi zu sagen, wenn der Index eine gewisse Größe hat oder wenn der Index ein gewisses Alter hat, möchte ich, dass ein neuer Index erstellt wird automatisch und nach außen hin sieht das immer aus, als würde es nur einen Index geben, quasi diesen Linksindex, nach innen werden das aber mehrere und das erlaubt es mir quasi besser zu skalieren und in dem Fall habe ich jetzt aber hier die Rollover-Aktion relativ klein gewählt, nach einem Jahr oder wenn der Index 10-Ligabyte groß ist und in meinem Fall wird jetzt beides nicht auftreten, weil das natürlich nur sehr, sehr kleine und wenige Dokumente sind an der Stelle. Ja, das hier ist die Security-Config, um sicherzustellen, dass wir hier den OAuth-Login haben, die Konfiguration für OAuth wird quasi aus den Environment-Variablen gelesen und diese Environment-Variablen kann man auf der Deployment-Plattform Covery in dem Fall explizit setzen. Wenn ich zum Beispiel interne Anwendungen bei uns ausrolle, haben wir einen eigenen Kubernetes-Cluster bei Elastic, wo quasi die Authentifizierung oder die wichtigen Daten über Vault ausgelesen werden und auch als Environment-Variablen zur Verfügung stellen. Da ist man normalerweise mit Environment-Variablen ganz gut gesetzt. Das Gute bei Spring an der Stelle ist, dass ich jede Config-Variable, die ich sonst in den File packe, auch einfach als Umgebungsvariable setzen kann und je nach bestimmter Schreibweise wird quasi dann diese Umgebungsvariable verwendet. So. Ja, ansonsten aus Spring-Sicht ist hier relativ viel oder relativ wenig Magic drin. Ich habe einen Link-Controller, wo ich quasi einen Link anzeigen will, wo ich einen neuen Link submitten kann. Da überprüfe ich dann, ob der Link zum Beispiel schon existiert. Man kann einen Link selber wählen. Man hat so einen Voting-Button. Wenn wir hier nochmal zurückgehen und uns die Anwendung anschauen, sieht man hier, ich kann den jetzt hoch abstimmen. Jetzt sieht man, dass das hier eine Stimme mehr geworden ist an der Stelle. Ich kann den Link löschen. Ich habe hier auch einen Shareable-Link, wenn ich nur diesen Link weitergeben will. Das hier ist dann quasi die ID, wie sie im Elasticsearch-Index angegeben ist. Wenn ich jetzt also hier diese ID nehme und danach suche Get-Link Log-ID, kriege ich quasi dieses Dokument zurück an der Stelle. So, was schauen wir uns noch an? Ja, dann hat man hier natürlich noch ein paar Tests irgendwie. Das sind allerdings hier in dem Fall war ich etwas faul. Ich habe die meisten Tests weggemoggt. Im besten Fall benutzt man hier natürlich die Spring-Annotation basierten Tests, um dann in den wirklichen Spring-Application Kontext hochzufahren und die Anwendung so zu testen. Das habe ich jetzt bei einer internen Anwendung, die wir haben, auch gemacht, aber hier bei meiner Testanwendung nicht. Das war quasi meine erste Testanwendung mit Hilfe von Spring Boot. Genau, das Ganze ist ein Gradle-Projekt und alles, was man quasi für braucht, um das Ganze auf Coverview auszurollen, ist ein Docker-File. Das heißt, was ich hier mache, ist, ich installiere einen Gradle-Docker-Image, benutze das als Build-Image und rolle das dann nachher alles auf OpenJDK 13 mit einem Alpine-Linux aus. Das würde man im besten Fall mit Spring ja heute auch etwas anders machen, und zwar, dass man sogenannte Layered-Images verwendet. Das heißt, ich habe ein eigenes Image mit allen Dependencies als Layer, was ich dann nur aktualisieren würde, wenn ich meine Dependencies ändere, was ich weitaus weniger mache als meinen eigenen Code, und dann darunter nochmal ein Image, wo quasi nur meine Jada-Teil drin ist, die wirklich nur meinen Code beinhaltet, sodass auch die Docker-Images möglichst schnell aktualisiert werden und ich nicht immer hier so ein 70-Megabyte-Archiv durch die Gicht schieben muss. Das ist jetzt auch in neuen Spring-Versionen quasi erst dazugekommen. So, insgesamt, wenn wir uns hier den Code nochmal angucken, sehen wir, dass wir hier so einen Inject-Controller haben, da ist halt das Elasticsearch-Template injected. Ich habe jetzt hier auch aus Testgründen kein Repository verwendet, was ich aber genauso machen wollte. Selbes gilt für den User-Controller, gerade weil man ja auch hier nicht wirklich als User-Controller Suchanfragen schreibt, sondern man guckt immer nur, existiert der User oder eben nicht. Okay, ich schaue mal gerade, ob es Fragen gibt. Da sehe ich, dass was leuchtet. Genau, was ist mit dem Testing? Das ist ein super Punkt und wie funktioniert Elasticsearch intern? Wir kümmern uns erst um das Testing, weil wir thematisch gerade eh da sind und da hatte ich auch noch einen Slide für. Das hatte ich ja eben schon angedeutet, dass das Problem erstmal ist, dass man für sowas wie diese Query-Annotation zum Testen verwendet, dass man absolut, ja eigentlich echte End-to-End-Tests braucht und der Weg, wie ich es machen würde, ist nicht das Embedded-Testing, sondern ist das Test-Container-Testing. Test-Container ist, ja, ein Framework, womit man beliebige Docker-Container hochfahren kann. Das wartet dann, bis der Docker-Container hochgefahren ist, hat so Health-Checks drin und dann kann man quasi diesen Data-Access-Layer testen und da gibt es einen Elasticsearch-Test-Container, der kommt auch schon so mit. Man kann auch so Sachen wie Basic-Aus ganz nett darin konfigurieren und das erlaubt es mir, quasi meine Suchabfragen auch gegen ein echtes Elasticsearch zu testen. Also, was ich nicht machen würde, ist irgendwie versuchen, Elasticsearch in meinen Tests zu mocken, dann mocke den ganzen Service raus und gebe Objekte und Pojos zurück, aber dann wird es wirklich kompliziert und man müsste dann auch die Search-API nachbauen. Deswegen kann ich eigentlich allen nur empfehlen, sich Test-Containers an der Stelle genauer anzuschauen. Da habe ich auch eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Heißt aber gleichzeitig, dass es ein paar Sekunden Dauer, bis halt Elasticsearch hochgefahren wird. Auf meinem Notebook irgendwie so sechs, sieben Sekunden auf dem Macbook und damit muss man dann halt in seinen Tests auch leben. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, Dinge erstmal als Unit-Tests zu schreiben, wird das natürlich mit solchen Testlaufzeiten jedes Mal umso wichtiger an der Stelle. Falls da noch Fragen sind, pack es einfach noch in den Chat und ich würde jetzt erstmal langsam weitermachen und der Stelle, beziehungsweise eine Sache hatte ich noch vergessen, das war APM. Das können wir uns mal gerade noch kurz angucken. Wenn wir jetzt hier uns APM angucken, was ich nämlich mache, ist, dass durch diesen APM, durch den Attached Call werden quasi automatisch mit ein bisschen Konfiguration in der Spring-App auch wieder in der Environment-Variablen alle Daten oder alle APM-Daten mit in diesen Cluster geschickt, ja. Das heißt, ich habe hier meine Link-Rating-App und kann jetzt sehen, dass hier ein paar Suchabfragen passiert sind. Ja, mit den Request-Per-Minute. Hier haben wir mal ein paar mehr an der Stelle. Vielleicht machen wir das hier noch mal ein bisschen größer. So, jetzt kann man hier sehen, wofür quasi die Zeit innerhalb meiner Anwendung draufgegangen ist und wenn man sich das jetzt anguckt, sieht man, die meiste Zeit geht für Elasticsearch drauf. Wir können ja hier mal gerade den User-Controller Main, das ist der Controller, der aufgerufen wird, wenn man die Hauptseite abruft, anschauen und da haben wir so eine Übersicht über die Transaction-Duration. Die meisten Requests dauern 20 bis 30 Millisekunden und einige pieken dann halt. Und wenn wir uns hier User-Controller Main anschauen, 18 Millisekunden, hier sieht man jetzt auch, dass die meiste Zeit meiner Requests quasi für die Elasticsearch-Anfrage ausgeht. Der APM-Agent instrumentiert quasi den Apache-HTTP-Client und da müsste ich jetzt relativ wenig optimieren, was meinen sonstigen Code oder das Final-Deaf-Rendering oder so angeht, wenn die meisten Sucherfragen hier oder dann 80% der Zeit für den Elasticsearch-Aufruf angehen. Der Hauptgrund dafür ist nicht die langsame Performance, sondern dass der Elasticsearch-Cluster in einer anderen AWS-Zone, glaube ich, aktuell deployed ist, weil ich da mit einem kleinen Fehler gemacht habe. Sonst wäre das Ganze natürlich hier eben im Einstelligen, die Sekunden-Bereich. Genau, der Rest hier bezieht sich quasi alles auf den Host, das heißt, hier kann man nochmal weiterspringen, dann würde ich jetzt auf die Präsentation zurückspringen und ein bisschen was über Elasticsearch-Inbetrieb sagen. Ja, ein großer oder ein wichtiger Punkt ist, man sollte kein Overscharding betreiben. Dazu müssen wir vielleicht einfach nochmal kurz erklären, was Charts sind. und Charts sind quasi Teile von einem Index. Man sagt auch manchmal die sogenannte Unit of Scale. Wenn ich einen neuen Index erstelle, wird ein Index immer mit einem Chart und einem Replika angelegt. Das heißt, irgendwo in meinem Cluster existiert eine Kopie dieses Charts. Natürlich nur, wenn ich mehr als einen Node habe, weil sonst machen Kopien relativ wenig Sinn. So, was man jetzt nicht machen sollte, ist, dass man zigtausende von diesen Charts auf einem einzigen Node oder innerhalb seines Clusters hat, sondern die Anzahl der Charts sollte so gering wie möglich sein. Jeder Chart hat einen gewissen Memory Overhead, der quasi im Heap der Elastic Search Instance stattfindet und je weniger Charts man hat, desto besser. Ja, es gibt auch so eine Datenstruktur, die quasi an jedem Node verteilt wird und diese Datenstruktur nennt sich Cluster State. Die beinhaltet quasi, welche Nodes in einem Cluster existieren, welche Indizes, welche Charts und wie die sogenannte Mapping-Konfiguration aussieht. Das heißt, wie die einzelnen Felder konfiguriert sind. Wir haben das eben gesehen mit Date und Keyword. Und je mehr Charts ich habe, desto größer wird diese Datenstruktur natürlich. Und die muss irgendwann unter Umständen mal komplett an jeden einzelnen Node übers Netzwerk übermittelt werden und je kleiner diese Datenstruktur ist, desto einfacher kann sie gepasst werden, desto weniger Speicher braucht sie im Heap. Insofern gibt es mehrere Gründe, die Anzahl der Charts möglichst klein zu lassen. Und 20 bis 50 Gigabyte ist jetzt auch erstmal nur so ein ganz loser Wert an der Stelle. Es gibt Charts bei Kunden, die sind wesentlich größer. Es gibt Charts bei Kunden, die sind kleiner, weil sie halt Mehrwert legen auf die Read Scalability zum Beispiel und dann haben die nur drei Gigabytes an Daten da drin, die auch praktischerweise in den File System Cache passen. Und dann kommen wir auch zum nächsten Punkt. Eine der Anforderungen oder eine der Recommendations, wenn man Elasticsearch betreibt, ist, dass man nie mehr als die Hälfte des Hauptspeichers an den Elasticsearch-Prozess als Heap konfigurieren sollte. Und einer der Gründe dafür ist der File System Cache. Der File System Cache ist ein Cache in allen Unix-Systemen und auch in Windows. Wenn ich zum Beispiel Cat-File eingebe, dauert das beim ersten Mal vielleicht gefühlt eine halbe Sekunde, bis die Inhalte da stehen. Wenn ich das danach direkt nochmal mache, funktioniert das instant. Der Grund dafür ist, dass ich das Betriebssystem denke, aha, der User wollte dieses File haben, das parke ich mal so lange im freien Memory, wenn ich welches habe und wenn er das nochmal anfacht, kann ich es ja sofort zurückgeben. Und das ist natürlich super praktisch, weil im Endeffekt hat man dann die Möglichkeit, Dateien im File System, die im File System liegen, im Memory zu haben, aber mit all den Vorteilen von Durability und sonstigen Dingen. Also der File System Cache ist sehr, sehr, sehr praktisch an der Stelle. Und je mehr ich davon habe, desto mehr Daten kann ich quasi in den Hauptspeicher packen, desto schneller gehen bestimmte Suchen. Ja, deswegen sollte man auch schauen, dass man nie mehr Heap als nötig, und das kann man über das Monitoring herausfinden, an den Elasticsearch-Prozess vergibt. Und ein anderer wichtiger Punkt ist, dieser File System Cache, wenn ich natürlich mehrere Prozesse auf einem System habe und die alle irgendwie Dateien lesen, dann wird dieser File System Cache konstant expired, oder gethrasht, also jedes Mal werden neue Dateien in diesem Cache übernommen. Deswegen ist es auch wichtig, dass man Elasticsearch quasi als einzigen Prozess auf so einem System laufen lässt, aber sobald man in die Docker-Containern hantiert, ist das ja eh meistens der Fall. Ja, dann ist es wichtig, wenn man eigene Daten hat und man weiß, die haben eine gewisse Größe und man muss sicherstellen, dass sie eine gewisse Performance haben, bei Suchanfragen, bei Index-Operationen, dann muss man diese Tests mit seinen eigenen Daten durchführen, und dazu gibt es ein Tool namens Rally. Das sieht, oder das kann quasi solche Graphen erstellen, standardmäßig erstellt es nur JSON- oder Text-Output, aber was wir im Endeffekt mit diesem Output machen, ist, dass wir den jeden Nacht, wir haben sogenannte Nightly-Benchmarks und indizieren die quasi in Elasticsearch. Und das machen wir für den Master-Branch und auch für ein paar andere Branches, dass wir jeden Tag eine bestimmte Anzahl an Tests, die sieht man ganz oben, mit bestimmten Daten, also ein Geonames-Dataset, eins mit Geopunkten, einmal ganz normale HTTP-Logs durchlaufen, und dann schauen wir morgens, ah, okay, hat sich irgendwas verändert. Und wenn dann irgendwie ein ganz großer Anstieg ist, wissen wir, okay, wir haben irgendetwas in den Master-Branch committed, was ein echtes Performance-Problem darstellt, bitte schau sich das mal jemand an. Da müssen wir natürlich erst mal gucken, welcher Commit das war, manchmal lässt sich das einfach rausfinden, manchmal nicht, weil es innerhalb von 24 Stunden 100 neue Commits gegeben hat, aber das ist so der, die grundlegende Idee von unseren Benchmarks, dass wir halt Performance-Regressions rausfinden, bevor wir ein neues Produkt releasen. Und wir haben auch Annotations, man sieht das jetzt ganz unten ganz gut, da gibt es einmal Move the Terms Index Off-Heap, was im Endeffekt heißt, dass ein File quasi jetzt nicht mehr im JVM-Heap residiert, sondern nur noch vom File-System-Cache und via Memory-Mapping geladen wird. Und da sieht man natürlich, dass dann der Java-Prozess sehr viel weniger Heap benötigt, was gleichzeitig auch heißt, dass man dann den Prozess mit einer neuen Version weniger Heap geben sollte. Das war zum Beispiel eine Änderung in Elasticsearch 7, 7-Wenn-Wechsel-Kopf-Haben. So, wer sich mehr für dieses ganze Thema Capacity-Planning und Charts interessiert, es gibt ein eigenes Webinar dafür, ich werde die Slides natürlich nachher auch noch online stellen und den Link gerne weiterleiten. Und da wird auch viele unterschiedliche Aspekte eingegangen. Ich meine, am Ende hat man halt ein System, das ist limitiert und das ist halt aus Storage-Sicht limitiert, das heißt, ich habe im besten Fall SSDs für alle meine Nodes, im schlechtesten Fall habe ich so viele Daten, dass ich vielleicht aus ökonomischer Sicht lieber Hard-Spinning-Discs hätte für Daten, die etwas älter sind, was ich nie haben sollte, ist ein Network-Attached-Storage, also da, wo ich zusätzliche Latenzen habe, weil ich Daten erst über das Netzwerk speichern kann, so NFS oder sowas, dann brauche ich natürlich Speicher, der Fisystem-Cache, da gilt die Regel, je mehr, je besser und beim JVM-Heat muss man halt constant schauen, habe ich genug Speicher und wenn nicht, brauche ich mehr oder habe ich permanent genug Speicher, dann kann ich den vielleicht noch weiter reduzieren, dann braucht man natürlich Computer-Resourcen, das heißt, ich brauche CPU, wofür? Zum einen zum Indizieren, zum anderen aber auch zum Suchen, ja, das sind so die beiden größten Treiber und die Thread-Pools, die Elastic-Storage verwendet, basieren quasi auf der Anzahl der CPUs, das heißt, wenn ich jetzt einen Docker-Container habe mit einer CPU, werde ich insgesamt relativ wenig Threads am Laufen haben, wenn ich sage, okay, ich habe acht CPUs, habe ich viel mehr Threads am Laufen, kann aber gleichzeitig auch viel mehr Suchanfragen und viel mehr Index-Anfragen parallel bearbeiten an der Stelle. Und natürlich Netzwerk, je schneller, je besser, ich denke, die meisten haben heute ein bis zehn Gigabit, da muss man ein bisschen aufpassen bei Cloud-Providern, weil da steht dann Netzwerksgeschwindigkeit so und so viel Gigabit und dann ist da so ein Sternchen und da steht dann irgendwie Burstrate dahinter, das heißt, dass sie das eine gewisse Zeit beibehalten können und dann zusammenfallen oder nicht zusammenfallen, sondern halt, ja, reguliert werden oder dass sie Traffic-Shaking machen und das ist ganz wichtig, dass man dann halt einen Test macht, der nicht 20 Minuten dauert, sondern dass man das auch mal ein, zwei, drei, vier, fünf Stunden durchlaufen lässt, wenn man einen Test macht, einfach nur, um sicherzustellen, dass nicht irgendwo das Network dann der Bottleneck ist und man hat wirklich schnelle Systeme oder Systeme, die schnell genug sind, weil der Anwendungsfall gering ist, aber dafür ist dann das Netzwerk ein Problem. Ja, das sind natürlich auch alles Dinge, mit denen muss man sich umso mehr beschäftigen, wenn man das Ganze selber betreibt, wenn man einfach sagt, ich lasse Elasticsearch als in Elastic Cloud laufen, dann hat man natürlich nur so einen Slider, wo man sagt, ich brauche so viel Platz und so und so viel Heap. Okay. Eine Sache, auf die ich heute nicht so stark eingegangen bin, sind Mappings und Queries. Mappings können wir uns gerade nochmal ganz flicks angucken, dass wir mehr Zeit haben, auch gleich noch für Fragen. Ich gehe mal kurz nochmal in die Dev-Tools. Und dann schauen wir uns mal gerade das Mapping an vom Links-Index, beziehungsweise von dem Links-Alias. Und hier, wo der Index drauf zeigt, und da sieht man jetzt, Mapping ist im Endeffekt die Definition, was für Typen sind meine Felder. Das ist insofern wichtig, weil die Art der Typen entscheidet darüber, wie Daten in Lucene und somit auch in Elasticsearch gespeichert werden. Wenn ich zum Beispiel ein Feld habe, wie einen Geo-Point, das heißt, ich habe eine Latitude und Longitude, wird das intern ganz anders gespeichert, wie wenn ich ein Textfeld habe. Und das macht dieses Mapping so inneren wichtig, dass ich mir auch am Anfang Gedanken machen würde, oder hier auch so ein Boolean. Boolean kann man anders speichern, wie ein String, den ich für die Volltextsuche benötige. Oder ein Date. Ein Date ist ja nichts anderes als eine Zahl. Im Fall von Elasticsearch ist eine Date quasi die Anzahl der Millisekunden seit 1970. Und dann wird diese Zahl halt gespeichert. Und die muss ich anders speichern, um auch sicherzustellen, dass ich alles vernünftig sortieren kann, wenn ich eine Suchabfrage abfeuere. Hier habe ich nochmal ein spezielles Feature bei den Votes. Das ist ein Rank-Feature. Auch da werden Daten speziell gespeichert, um sie für ein bestimmtes Query, was ich abfeuere, was quasi diese Abstimmungsanzahl zum Scoring mit hinzufüge, damit das funktioniert. Ja, und das heißt, ich kann mir nicht immer, oder ich muss mir immer über mein Mapping Gedanken machen und kann das auch für bestimmte Typen im Nachhinein nicht ändern. Wenn ich eine URL als Keyword gespeichert habe oder etwas als Text gespeichert habe, dann kann ich nicht sagen, oh, jetzt hätte ich gerne, dass das eine Zahl ist, schlicht und ergreifend, weil alle bisherigen Daten schon anders gespeichert worden sind. Und die Lösung dafür ist, dass ich dann quasi einen neuen Index anlege und einen Reindex mache, aber vorher diese Mapping-Konfiguration ändere für den neuen Index. Und dann kann ich das quasi dann diesen neu indizierten Index verwenden. Ja, und auch basierend auf diesem Mapping habe ich halt die Möglichkeit, unterschiedliche Arten von Queries auszuführen. Es gibt natürlich diese Standard-Querys. Ich kann hier gerade mal eine Test-Querys ausführen. Dann seht ihr, dass hier viel mit Completion funktioniert, schlicht und ergreifend, oder was sehr praktisch ist für mich. Und jetzt können wir uns hier nochmal eine Head-Aus-Suchung. Ich würde gerne eine Description suchen. Und suche hier jetzt nach Elastic Search. Und dann sieht man, dass hier in neun Hits zurückkommen. Ja, und habe jetzt hier in dem Feld gesucht. Und diese Art der Queries benötigt manchmal bestimmte Fälle. Das Match-Querys hier zum Beispiel ist relativ smart. Das kann auch anhand des Mappings rausfinden, wie quasi das da drunter liegende Mapping aussehen muss, aber das geht nur bei einigen Typen von Suchern fragen. Und auch hier, diese Queries können dann sehr schnell viel komplizierter werden, weil man halt mit der Relevanz rumspielen will. Weil ich will, dass Dokumente mit mehr Votes wichtiger sind als Dokumente, die ja älter sind als ein Jahr im Vergleich zu so und so viel Votes oder sowas. Oder ich will nur, dass Dokumente zurückgegeben werden, die als approved markiert sind. Und da ist sowohl das Mapping als auch die Sucherfrage sehr wichtig. Wenn ihr noch Fragen habt, packt die in den Chat und wir können auch gleich gerne noch ein paar Beispiele durchgeben. So, der nächste Schritt ist natürlich, dass man irgendwie sein Modell, also die Daten, die man indiziert, auch weiter optimieren kann. Ja, da gibt's halt so Klassiker, dass man, dass das Speichern von von Gleichkommazahlen ist immer komplex und benötigt sehr viel Platz. Wenn ich zum Beispiel eine Zahl auf die 1,34, dann kann ich über mein Mapping auch konfigurieren, dass die Zahl eigentlich als 134 gespeichert wird, aber intern bei Berechnung anders gehandhabt. Man spricht ja von einem sogenannten Scaled Float. Das funktioniert halt nur, wenn ich weiß, wie viele Kommastellen ich habe. Aber auch hier kann ich dann quasi an meinem Mapping und an meinem Model arbeiten, an der Art und Weise, wie ich die Sucherfragen abfolge, um A, weniger Platz zu benötigen bei den Daten, die auf die Festplatte geschrieben werden und um B, daraus natürlich dann auch schnellere Queries zu haben, weil ich ja durch weniger Daten durchsuchen muss. Also das heißt, das hat im Endeffekt für alle Beteiligten Vorteile. Das heißt aber, ich muss mir quasi um mein Modell Gedanken machen, welche Art von Daten kann ich denn in diesem Feld speichern? Ist das wirklich eine Ganzzahl? Wie sehen die Zahlen aus? Weiß ich genau, dass ich in der Zukunft nicht vielleicht doch noch eine Präzisionsstufe mehr brauche und so weiter und so fort. Dann ist immer ein wichtiger Schritt das Super-Thema. Wie viele Dokumente pro Sekunde kann ich indizieren? Wie viele Dokumente pro Sekunde muss ich suchen können oder wie viele Suchanfragen pro Sekunde muss ich abfeuern können? Was sind das für Queries? Weiß ich genau, wie viele von welchen Queries ich abfolge? Schaffe ich das quasi, mir eine solide Testbasis zu erschaffen? Und das ist noch eine Empfehlung von mir nach Jahren der Produktion, dass man Alias besuchen soll. Ihr erinnert euch ja vielleicht daran, dass ich in der Entity von dem Link und von dem User gesagt habe, ich will nicht, dass der Index erstellt wird. Warum? Weil der Index quasi immer auf diesem Namen erstellt wird. Das heißt, ich habe da einen Index namens Users und einen Index namens Links. Ich möchte aber, dass das Alias ist. Ein Alias ist im Endeffekt nichts anderes als ein Zeiger, der da drauf zeigt. Und zum Beispiel ein Index heißt dann Alias 1 oder wie in unserem Fall Links 001. Und die grundlegende Idee dahinter ist, dass ein Alias nichts anderes ist als ein Interface aus Entwicklersüchte. Nach außen sage ich, das hier ist dein Endpunkt, der heißt Users, aber was das intern ist, ob das ein Index ist mit einem Chart, ob das ein Index ist mit 100 Charts, ob das zwei Indizes sind mit jeweils 50 Charts, das ist erstmal nur ein Implementierungsdetail. Und ich kann im Endeffekt diese ganze Implementierung dahinter beliebig verändern, ohne dass ich was in meiner Anwendung verändern muss. Das ist super, super wichtig. Das heißt, sobald ihr irgendwie live geht, stellt sicher, dass ihr entweder ein Alias habt, was da drauf zeigt, oder aber ihr könntet auch zwei Alias haben, ein Alias zum Lesen und ein Alias zum Schreiben, wenn man zum Beispiel so einen ganz komplizierten Exportprozess hat, der über eine Stunde braucht, bis alle Daten exportiert sind, das war bei meinem frühen Arbeitgeber so, dann macht es Sinn, dass ich einen Schreib- und einen Lese-Alias habe, so dass es quasi meine Live-Anwendung auf den alten Index greift und mein Update, der Teil für das Update auf den neuen Index schon schreibt. Ja, generell, Suche ist kein Projekt, was einen Abschluss hat. Da bin ich jetzt hier nicht so richtig im Detail auf Eingang, ich möchte erst nur, dass es jeder Erkrank darauf hält, wenn es um so Themen geht wie Relevanz und es kann sein, dass ihr Anwendungen habt, wo es überhaupt nicht um Relevanz geht, sondern nur darum, Daten in einer beliebigen Sortierung zurückzukriegen, dann ist das gut, aber sobald es um die Themen wie Relevanz geht, ist eine Suche niemals fertig, sondern man muss konstant gucken, kriege ich diese Ergebnisse zurück, wie ich erwarte und das ist eigentlich auch der schwere Teil von Suche. Es gibt nie ein Ende und das heißt auch, wenn man sich entscheidet, Suche zu machen oder Suche richtig zu implementieren, bindet das normalerweise Zeit, Geld und Ressourcen und das ist einfach etwas, dessen man sich immer bewusst sein sollte. Generell, Elasticsearch hat da eine gute Referenzdokumentation, das heißt, wenn man Fragen hat, findet man normalerweise alle Anforderungen. Nachteil ist, Elasticsearch hat eine gute Referenzdokumentation, das heißt, man muss sich erst mal ein bisschen mit der Software an sich, mit der Art von Queries und mit der Art von Mappings beschäftigen, bevor man mit dieser Referenzdokumentation wirklich warm wird. Und das kann halt einfach mal ein bisschen dauern, bis man soweit ist, aber wenn man weiß, wonach man sucht, geht es normalerweise immer sehr, sehr schnell. Ein anderer Punkt, solltet ihr Suche implementieren und auch hier geht es wieder um das Thema Relevanz, redet mit euren Anwendern. Das ist so einer der Fehler, die wir damals mit meiner vorigen Firma vielleicht mal gemacht haben und zwar haben wir irgendwie relativ lange uns eine gute Lösung überlegt, wie wir zum Beispiel Search as you type implementieren könnten oder Suggestions, wie immer man sie nennt. Das heißt, während man tippt, wird das angezeigt. Und das, was angezeigt wird, soll ja auch einfach nicht nur nach Relevanz gehen, eventuell möchte ich das irgendwie sortieren, dass ich die Produkte anzeige, wo ich die meiste Provision kriege oder die Vorschläge, ja. Das heißt, auch hier ist das Thema Relevanz nochmal ein ganz anderes. Und wir haben dann so eine Search as you type implementieren gemacht, die heute, ja, zehnmal so einfach wäre wie damals. Und dann haben wir mal so User gefragt, wie die das denn so sehen und ob die das mal benutzen können und dann hat sich herausgestellt, dass ein Großteil der User, der war so mit Tippen beschäftigt zu der Zeit auf der Tastatur, dass er überhaupt nicht hochgeguckt hat. Ja, wir hatten halt eine relativ konkrete Zielgruppe, die halt in dem Fall auch etwas älter war und das war halt zehn Jahre her, vor zehn Jahren. Da war halt das Verständnis mit Tablets und Phones noch bei Weitem nicht so ausgeprägt. Und das heißt, niemand hat auf diese Subjections geachtet. Die ganze Implementierungsarbeit war halt, ja, nur vom begrenzten Nutzen an der Stelle. Und auch, wenn man seine Anwender fragt, ja, zum Beispiel, der B2B-Markplatz war im Bereich Hotellerie und Gastronomie. Wenn ich nach Topf suche, erwarte ich einen Blumentopf, erwarte ich einen Kochtopf. Das kommt auf den Anwendern an, aber wenn wir halt mehrheitlich 80% Köche haben, die auf der Plattform unterwegs sind, dann macht es Sinn, wenn ich nach Topf suche, eventuell eher Kochtöpfe anzuzeigen und eventuell vielleicht auch eine dezidierte Landingpage für sowas zu haben, ja. Das sind alles Dinge, die natürlich noch oben drauf kommen, zu einer normalen Suche, die relevante Ergebnisse zurückliefert. So, den Test-Container-Part hatten wir schon, den können wir überspringen. Und, ja, wenn euch das Ganze noch mehr interessiert, ich habe hier noch ein paar Ressourcen zusammengesammelt. Das hier ist der GitHub-Link, den könnt ihr euch gerne anschauen. Dann die Art und Weise, wie das Ganze hier deployed wird, Covery. Wie gesagt, stellt euch das ein bisschen als, aus meiner Sicht, vielleicht simplifiziertes Heroku vor. Man kann halt auch nicht nur die reine Anwendung damit ausrollen, sondern eine ganze Umgebung mit Redis und Datenbanken. Ich habe natürlich für Elasticsearch jetzt Elastic Cloud Business an der Stelle. Mir ging es nur um das einfache Ausrollen. Dann gibt es die Spring Data Elasticsearch-Dokumentation, die Java REST-Client-Dokumentation und diese Nightly Benchmarks, die man sich unter Umständen mal anschauen will, kann man hier zum Beispiel sagen kann, das sind meine Nested-Logs. Und dann kann ich jetzt hier für die letzten 30 Tage mal schauen, ob sich da irgendetwas signifikant verändert hat. Das sieht jetzt alles ganz konstant aus. Insofern würde ich sagen, da haben wir jetzt keine Regression in dem Fall eingeführt. Ja, und das Tool, was hier im Hintergrund verwendet wird, das nennt sich hier Rally, ist ein Python-Tool, hat in der Zeit viele gute Veränderungen erhalten, sodass man das auch verteilt starten kann, ist in Version 2.0 entschieden. Und da könnt ihr auch mit euren all den Daten quasi so einen sogenannten Track bauen, dieser Track wird verwendet, um quasi das Benchmarking auszuführen. Gut, das heißt, wir kommen jetzt langsam mit dem Ende näher. Falls ihr euch für Lested-Cloud interessiert, schaut euch das einfach an. Ich kann auch gleich noch ein bisschen mehr zeigen, wie man neue Cluster anlegt oder so. Klar, es gibt natürlich noch Support Subscriptions. Wenn ihr Fragen habt, und das ist jetzt mal einer meiner wichtigsten Punkte an der Stelle, es gibt ein dezidiertes Discussion-Forum. Es gibt auch Dinge wie Stack-Overflow, da lesen auch Leute, aber auf unserem Discussion-Forum lesen mit Abstand die meisten unsere eigenen Entwickler. Sodass es schlicht und ergreifend wahrscheinlicher ist, hier eine Antwort zu kriegen. Und wenn ihr eine Frage habt, natürlich aus meiner Entwicklerbrille immer, schreibt eine Frage, wo man das Problem reproduzieren kann. Ja, zum Beispiel hier so ein Snippet hier, wo ich halt ein Dokument erstelle, wo ich einen Index erstelle und dann sage, diese Suche folge ich ab und die gibt nicht die Dokumente zurück, die ich erwarte. Das sind gute Beiträge, erst mal reprodisierbare Beispiele liefert. Das heißt, wenn ihr irgendein Problem habt und ihr habt die Möglichkeit, ein reproduzierbares Beispiel da reinzupacken, inklusive Mapping, weil das ja auch sehr wichtig ist, dann tut das bitte. Dann werdet ihr in vielen Fällen auch eine Antwort bekommen. Genau, ja. Meetups besucht ihr ja gerade. Falls ihr euch für Lessig-spezifische Meetups interessiert, da gibt es natürlich im Moment auch nur virtuelle. Insofern, schaut mal vorbei. Und damit würde ich sagen, wir schauen mal, was es noch für weitere Fragen gibt. Ich wechsle hier mal und mache mal die Kamera wieder an für alle Beteiligten. So, ich lese mal. Wenn das Mapping sich im Nachhinein ändern soll und die Daten aber halten muss, müssen die Daten ins neue Index manuell geschoben werden. Ich glaube, ich mache doch noch mal den Screen an, damit es auch nicht langweilig wird. Es gibt eine sogenannte Reindex API. Das ist der Java Client, den wollte ich jetzt nicht. Schnell suchen. Diese Reindex API erlaubt es mir quasi mit einem einzigen Kommando vom einem auf den anderen Index zu indizieren. Mal kurz schauen, ob ich es finde oder ob ich einfach schlicht und ergreifend zu blind bin in unserer eigenen Dokumentation. Aber das ist kein Problem. Was wir denn quasi machen können, ist, wir können einfach einen Index A anlegen und sage Alex. So, und wenn ich jetzt sagen würde, ich müsste irgendwas in B ändern, zum Beispiel, wenn wir uns jetzt den Index A anschauen, dann sehen wir, dass das Feld Name ein sogenanntes Multifield ist, was aus Text und Keyword besteht und vielleicht will ich das gar nicht durchsuchen, dann nimmt man normalerweise so ein Keyword-Field. Dann kann ich quasi einen Index B anlegen und kann dann sagen, mein Feld Name soll nur vom Type Keyword sein. Ihr seht jetzt hier, dass diese Autocompution sehr, sehr praktisch ist. Und dann kann ich sagen, ich möchte gerne die Reindex API verwenden. sage Source Index A und möchte als Destination den Index B nehmen. So, wenn ich jetzt den Ad-Request auf den Index B mache, ihr seht jetzt hier, das ging natürlich sehr schnell, ich muss ja auch nur ein Dokument indizieren und wenn wir jetzt hier das Dokument 1 empfangen, sehe ich, dass das Index, das Reindizieren erfolgreich war an der Stelle. Das heißt, wenn ich mein Mapping ändere, so wie ich es gerade gemacht habe, muss ich immer sicherstellen an der Stelle, dass ich A, das Mapping erst anlege, aber ich muss diese Reindex-Operation auch selber manuell triggern und dann natürlich auch sicherstellen, dass meine Anwendung auch den neuen Index zuweist. Und auch da könnte ich einfach wieder den Alias verwenden, damit ich das nicht innerhalb meiner Anwendung ändern muss und dann meine Anwendung nochmal neu auszurollen wegen sowas. So, wenn das deine Frage beantwortet, kannst du das ja nochmal kurz schreiben. So, dann haben wir noch ganz oben natürlich die Kubernetes-Frage, die obligatorische. Empfiehlst du Elasticsearch mit Kubernetes es produktiv einzusetzen oder muss es ein VM sein? Es geht um die Performance und das Problem mit dem Speicher. Das Problem hast du auch mit einer VM unter Umständen, wenn du diese als NFS-Share verwendest, insofern hat das erstmal mit dem System Kubernetes an sich nichts zu tun, aber ja, du hast natürlich dann, je weiter du dich aufgrund von Abstraktionen von Bare Metal entfernst, immer Performance einzuwerden müssen. Gleichzeitig, wenn das System schnell genug ist und du hast höchst wahrscheinlich auch andere Datastore, aus als Kubernetes-Operator laufen, sehe ich das jetzt erstmal eher nicht als Problem. Da ist für mich eigentlich aus Absicht immer der Punkt, versucht ein System so laufen zu lassen, dass es sich vernünftig in eure Infrastruktur integriert, ja, und wenn ihr jetzt sagt, ihr habt Kubernetes und es gibt diesen Kubernetes-Operator, geht auf jeden Fall mit dem und ich denke, da machen sich andere Dinge erst immer, oder machen andere Dinge erst immer Sinn, wenn man an Performance-Grenzen oder Probleme stößt, die sich aufgrund von Kubernetes aufgetan haben, aber es hat ja auch einen Grund, warum wir die Zeit investiert haben, einen eigenen Kubernetes-Operator laufen oder zu erstellen. Auch so Dinge wie Upgrades und so weiter und so fort fallen einem dann ja unter Umständen einfacher. Insofern, wenn du das als eigenen Klassiker schon hast, kannst du Elasticsearch da auch ruhig ein bisschen laufen lassen. Der Kubernetes-Operator ist seit zwei oder drei Monaten auch als GA markiert, insofern würde ich mir da relativ wenig Sorgen machen. So, wie kann man Relevanz konfigurieren, Regeln definieren, genau, das könnte ich jetzt einen Nachmittag mitverbringen oder einen weiteren Abend, aber wir können uns ja mal gerade noch ein einfaches Beispiel angucken und zwar erstellen wir nochmal einen neuen Index, den nehmen wir sehr gut, was Namen angeht, den nennen wir Test und da machen wir jetzt einmal den User Alexander M-Namen und dann erstellen wir hier noch einen zweiten User, den nennen wir mal Meier und dann erstellen wir hier noch einen dritten User, den nennen wir p-tablesen. So, die drei Dinge, man kann jetzt alles markieren und entweder kann man hier auf den Play-Button drücken, um einen Request abzuschicken oder ich drücke einfach Command und Return und was ich nun als nächstes machen kann, ist, ich kann eine Suche abfeuern. Das funktioniert auch soweit. Ich könnte jetzt eine Suche nach bestimmten Kriterien abfeuern, nehmen wir mal, ich nehme mal einen Bool-Query mit einer sogenannten Must-Clause, das heißt, das, was da drin ist, Muster drin vorkommen und da suchen wir mal nach dem Name Alexander. So, jetzt haben wir hier zwei Dokumente und wir haben denselben Score, das ist auch nicht sonderlich verwunderlich, so wie Score intern funktioniert, ganz grob gesagt ist, wie oft taucht ein Term quasi in dem Dokument, in dem Feld auf, das ist in jedem Fall beides mal einmal und dann gibt es noch die sogenannte Inverse Document Frequency, wie oft taucht ein Term quasi im Gesamtkorpus auf. So, das ist jetzt in dem Fall, ist das beides genau gleich, aber vielleicht möchte ich narzisstisch, wie ich bin, ja, unter Umständen mich selber etwas hochscoren und die einfachste Art von Relevanz ist ein sogenanntes Shoot-Query und das ist quasi jetzt auch der Unterschied zu anderen Beta-Stores, wo ich sagen kann, ich möchte gewisse Dinge wichtiger bewerten und in dem Fall machen wir hier mal ein Match-Query und sagen hier, alles, was Reelsen beinhaltet, soll wichtiger sein. Das heißt, was jetzt hier passiert ist, dieses Query muss auf jeden Fall zutreffen und dieses Query hier kann zutreffen, heißt aber, dass quasi Dokumente, die, wo dieses Query zutrifft, werden als relevanter erachtet, ja, und wenn wir das jetzt mal abfeuern, sehen wir jetzt auch gleich hier, ah, okay, das hier ist jetzt schon mal wesentlich relevanter als das hier, ja, und das ist jetzt der allererste, allereinfachste, allersimpelste Schritt, um sich so ein bisschen mit dem Relevanzthema auseinanderzusetzen. Es gibt noch so viele weitere Dinge, wie das klassische Boosting, wenn ich zum Beispiel mehrere Felder abfrage, möchte ich, dass das Feld First Name vielleicht wichtiger oder mehr gewichtet wird als das Feld Last Name. Ich möchte unter Umständen, dass ich einen Vektor mit in meine Suche einbeziehe. Es gibt einen dezivierten Vektor Data Type, wo ich sage, dass ich zum Beispiel die Präferenz von einem Anwender eher berücksichtigen kann. Wenn ich weiß, dass dieser Anwender bestimmte Bücher oder Kriterien an Büchern als wichtige erachtet, dann kann ich das in meinem Query, wenn ich diese Daten auch gespeichert habe, durchaus berücksichtigen und sage, ah, okay, dieser User hat eine Präferenz für günstigere Bücher, wenn ich das als Feature Vektor gespeichert habe, kann dann sagen, das würde ich gerne bevorzugen. Und es gibt, ich glaube, 15 unterschiedliche Queries irgendwie. Auch das Query, was wir vorhin ganz kurz gesehen haben, dieser Rank Feature Data Type, wo ich sage, dass ein Dokument wichtiger sein soll, wenn es mehr Votes hat. Das wäre auch ein Teil von diesem Schutt-Querie hier, wo man dann sieht, ah, okay, so und so viele Votes, vielleicht nicht so und so viele Votes, sondern wenn das mehr hat als der Durchschnitt, wird das höher geboostet. Gleiches gilt zum Beispiel für das Alter, ja, wenn das Dokument jünger ist als, oder maximal ein Jahr alt ist, soll es als wichtiger erachtet werden, als wenn es zweier alt ist. Das ist so der klassische Use Case für eine Newsseite. Nur lassen wir da wahrscheinlich von Stunden reden, nicht von Tagen. Dass halt, ja, Recency quasi ein, ein sogenanntes Signal ist und dieses Signal als Teil des Scoring berücksichtigt wird. Und da gibt es dutzende verschiedene Möglichkeiten und man muss da sehr vorsichtig sein, wie man Dinge ausprobiert und testet. Aber ich hoffe, dass das die Frage beantwortet hat. So, den letzten Teil, wie funktioniert Elasticsearch intern? Ich denke, da kann man einfach nochmal drüber reden, dass wir ganz kurz sagen, es basiert auf Apache Lucene und Apache Lucene bedeutet an der Stelle, dass man quasi eine Fulltext-Suchbibliothek hat, die das verwendet und der grundlegende, die grundlegende Datenstruktur dahinter ist ein Invertierter Index. Also das, was ihr von eurem Buch am Ende kennt, ihr schlagt ein Buch auf, ah, okay, dieses Wort zeigt auf diese Seite und bei dem Buch und bei dem Index ist es normalerweise so, dass da natürlich nur die wichtigsten Terme drinstehen, bei dem Invertierten Index ist es, dass da normalerweise alle Terme drinstehen und aufgrund dieser Datenstruktur ist halt so ein Anwendungsfall wie die Volltext-Suche sehr, sehr viel performanter, weil ich nur einen Look-Up für diesen Term machen muss, sehen muss, ah, okay, diese Dokumente sind da drin und wenn ich zum Beispiel jetzt eine Ohr-Verbindung habe, muss ich einfach nur die Liste an Dokumenten-IDs, die Matchen, mit einem Ohr verbinden, wenn ich ein End habe, wird das unter Umständen noch viel schneller gehen und natürlich, auch da muss man dazu sagen, Lucene ist seit 20 Jahren auf diesen Anwendungsfall optimiert, also es macht halt einige Dinge noch viel smarter als dieses dumpfe Konzept, was ich gerade erläutert habe, Dinge wie Leapfrogging, neue Datenstrukturen, wo Dinge wie zum Beispiel das Speichern von Geo-Shades auf einmal ein Drittel der Größe benötigt, aber tausendmal schneller ist und man denkt auch immer, in diesem ganzen Information Retrieve-Bereich gibt es keine Verbesserungen mehr, es wird nichts schneller, das stimmt aber nicht, es gibt nach wie vor Papers, die vielleicht 6, 7 Jahre alt sind, die aber erst ganz langsam in die Open-Source-Produkte mit einfließen, zum Beispiel seit Lucene 8 gibt es halt die Möglichkeit, dass ein Query sich während es ausführt, kann es quasi entscheiden, welche Dokumente überhaupt noch möglich sind, in die Top 10 zu kommen oder in die Top 100 und dann wird das Query quasi beim Laufen optimiert, was dazu geführt hat, dass einige Anwendungsfälle bis zu 40 Mal schneller waren. An dessen halt Dinge, die dauern etwas länger, weil man erst einige vorbereitende Dinge machen muss, aber beim Suche an sich und auch die darunterliegenden Technik wird nach wie vor sehr aktiv weiterentwickelt. Ich hoffe, das beantwortet die Frage etwas. Wunderbar. Vielen Dank, Alex, dass du dir auch so viel Zeit genommen hast, die ganzen Fragen zu beantworten. Super. Sehr interessanter Vortrag und ich fand auch ziemlich gute Fragen dabei. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt noch mal kurz ein paar Informationen zum heutigen Abschluss. Der Talk, das hatte ich am Anfang schon erwähnt, wurde aufgezeichnet. Wir werden den jeweils aufbereiten und in den nächsten Tagen auf YouTube zur Verfügung stellen. Bitte abonniert uns dort, dann bekommt ihr automatisch eine Nachricht, sobald der Talk dort verfügbar ist. Ja, Slack kennt ihr schon und noch ein Aufruf. Wir sind daran interessiert, wenn ihr selber etwas Interessantes mitzuteilen habt, dass wir euch auch die Plattformen geben, einen Blog durchzuführen. Wir sind auch daran interessiert, wenn ihr Ideen habt, was ihr gerne hören wollt, wenn ihr euch für bestimmte Themen interessiert oder Speaker vorschlagen wollt, dann wendet euch bitte an uns. Das könnt ihr über Slack machen, das könnt ihr über E-Mail machen, info at jug.ch, über das Kontaktformular auf unserer Webseite. Dann könnt ihr uns auch persönlich ansprechen, sind wir sehr daran interessiert. Wir haben auch noch weitere Events. Gleich übermorgen kommt das nächste Event von Adam Bean, Web für Java-Entwickler. Und jetzt muss ich kurz rechnen, nächste Woche müsste das sein, es muss nicht immer Angular sein, von Simon Martinelli. Also zwei weitere Talks, beide auf Deutsch, ja, hören sich auf jeden Fall sehr interessant an. Das war es eigentlich soweit, wir sind durch mit unserem Webinar. Das werde ich jetzt in wenigen Sekunden beenden. Nach dem Beenden habt bitte ein kleines bisschen Geduld, es wird ein paar Sekunden dauern und dann werdet ihr automatisch weitergeleitet zum Feedback-Formular. Bitte füllt es aus, das ist für uns wichtig, das Feedback, das ist für den Speaker wichtig. und wenn ihr möchtet, könnt ihr hinterher auch noch eure E-Mail-Adresse in einem zweiten Formular hinterlassen und nehmt dann an der Verlosung der IntelliJ-Lizenz für den Monat Juni teil. Ja, das war es soweit. Vielen Dank, vielen Dank dir, Alex, und vielen Dank euch, dass ihr alle hier wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, auf Wiedersehen. Ciao.